Paukenschlag! Kanzler Scholz verspricht Ende Doppelverbeitragung bei Betriebsrenten. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das Thema Doppelverbeitragung bei Betriebsrenten nimmt kein Ende. Bundeskanzler Scholz will mit der Doppelverbeitragung bei Betriebsrenten Schluss machen. Das hat er zumindest versprochen und zwar das erste Mal bei einem Bürgerdialog in Essen Ende September 2022 und das zweite Mal nun im Rahmen einer Nachfrage des rentenpolitischen Sprechers der linken Fraktion im Bundestag Matthias Birkwald. Es werde, so Scholz, innerhalb der Regierung darüber nachgedacht, wie genau das Ende der Doppelverbeitragung aussehen könne. Wer eine Betriebsrente erhält, muss, wenn er gesetzlich krankenversichert ist, auf diese Betriebsrente rund 18,75% Beiträge an KV und Pflege zahlen. Dabei hilft dem Betroffenen mit dem GKV-Betriebsrentenfreibetragsgesetz aus dem Jahr 2020 einzig dynamisierender Freibetrag. Dieser liegt im Jahr 2023 bei 169,75 Euro für alle Betriebsrenten, auf denen keine Krankenkassenbeiträge fällig werden. Wer also zum Beispiel 400 Euro Betriebsrente im Jahr 2023 monatlich erhält, zieht von diesen 400 Euro die 169,75 Euro ab und muss auf den Restbetrag den vollen Beitragssatz, also auch den Arbeitgeberanteil zur KV zahlen. Vor 2020 hätte der Betriebsrentner auf den vollen Betrag der 400 Euro den vollen Beitragssatz in der KV und Pflegebeitrag allein zahlen müssen. Insoweit sorgt die Regelung seit 2020 schon für eine gewisse finanzielle Entlastung, das ist klar. Dennoch ist die Wut der Betriebsrentner immer noch groß, denn sie müssen de facto den Arbeitgeberanteil alleine zahlen und deswegen nennt man das auch doppelte Vorbeitragung. Kanzler Scholz will diese doppelte Vorbeitragung beenden. Wie genau er dies im Hinblick auf die Milliarden Ausfälle an Krankenversicherungsbeiträge tun will, bleibt offen oder sein Geheimnis. Wir können dazu aktuell noch nicht viel sagen, warten wir also die nächsten Schritte der Bundesregierung gespannt ab, was dabei rauskommen soll. Wenn es tatsächlich so kommen sollte, dass die Doppelvorbeitragung ein Ende bei der Betriebsrente hat, wäre das schon eine große Sache. Ich sage sogar eine richtige, echte Rentensensation. Denn dann werden Millionen Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentner in Deutschland wirklich massiv finanziell entlastet. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen, wie immer, eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel